In diesem Video siehst du, wie du bestimmte Telefonnummern für ausgändige Gespräche sperrst, zum Beispiel Kostenpflichtige ins Ausland, und wie du anonyme Anrufe blockierst. Geh auf vodafone.de und klick rechts auf das Mein Vodafone-Icon. Meld dich mit deinen Benutzerdaten an. Wähl deinen Kabelvertrag aus und klick auf Kabel Internet und Festnetz. Wähl die Kachel Geräte und Einstellungen und dann Telefoneinstellungen. Klick bei Anrufsperre einrichten auf Ansehen und Ändern. Hier kannst du bestimmte Rufnummernklassen auswählen, die du dann nicht mehr anrufen kannst. Die gewählte Sperre gilt dann für alle Festnetznummern bei dir zu Hause. Speichere die Änderung mit Bestätigen. Du möchtest anonyme Anrufe automatisch abweisen? Dann klick in den Telefoneinstellungen bei Anonyme Anrufe blockieren auf Ansehen und Ändern. Schalt hier die Blockierung von anonymen Anrufen ein oder aus. Bei einem Kabelrouter oder der Vodafone Station gilt die Blockierung pro Leitung. Das heißt für alle Festnetznummern bei dir zu Hause. Du hast eine Homebox Fritzbox? Dann kannst du auch hier die anonymen Anrufe für einzelne Rufnummern blockieren. Klick zum Speichern auf Bestätigen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann gib uns ein Like. Oder hast du noch Fragen zum Sperren der Rufnummern? Dann schreib es uns gerne in die Kommentare. ��� Kaiti, holen. Untertitelung. BR 2018